Hallöchen! Willkommen zurück zu dritten Planeten. Wir sind hier in einer Feuerwelt und stellen uns bei ganz Demis an. Wir haben gleich mal zu Beginn zwei Sterne verloren. Boing! Ah, ein Steini von uns. Guck! Haha! Egal. Gut. Das Schöne ist, wir kriegen ein Loch durch einen Steini und müssen zum richtigen Zeitpunkt springen, damit uns die Lava nicht erwischt. Und das war die Hitze. Wir sind an der Hitze zurück. Nein! Gut, da es uns nichts bringt, werde ich gleich in meinen Ausstarten. Gut. Dieser Planet ist, glaube ich, einer der schwierigsten, würde ich jetzt mal so arg lustig behaupten. Ganz klar. Wenn weit geht um Oh Gott. Das ist das blödeste an dem Spiel bis jetzt. Aber es kommt noch besser. Natürlich kommt es noch besser. Oh, ein Bonus-Level. Damit ich es euch auch mal zeigen kann. Hier können wir so oft getroffen werden, wie wir wollen. 3, 2, 1, go! Slacked. Und ein Flammschwert. Und eine Bonus-Punktzahl von 1000 Punkten. Okay. Okay. Jetzt steigt die Lava, glaube ich. Okay. Okay. Wait. Okay. Okay. Ah, Mann. Ach so. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und genau in der Reihenfolge müssen wir sie besiegen. Zuerst ein Gerät. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Eins. Zwei. Ähm. Drei. Vier. Fünf. Richtig. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Eins. Zwei. Drei. Vier. Zwei. 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 1100 Bonos, also so viel Skill muss man haben. Die Under Factory ist nun unser Ziel. Und gespeichert. Okay. Es lagged. Uh oh. Oh nein, oh nein. Oh. God. Ey, du hast mich nicht getroffen. Und, anfangen oder nicht? Nee, gut. Normalerweise mache ich auch jetzt selbstständig. Ach, wegs mich. Boah, das ist guter. Gut. Oh, geschafft. Okay, das war's Skill. Aber ich bin ehrlich gesagt auch froh, diese Arena Level, was auch immer, geschafft zu haben. Ja. Denn jetzt kommt der Boss! Was ist das? Of this stage! Hm, natürlich! Ach so, Mitte! Hey! Okay. Okay, diesen Boss werde ich verzweifeln. Das weiß ich jetzt schon. Und jetzt bebt der Boden unter uns. Was ist nun? Oh, Game Over! Nein! Okay, Treffer! Das heißt, zweite Runde! Oh, so! Pink! Und wieder Game Over! Nein, immer noch nicht! Nein! Ich hätte ihn noch fast gehabt! Okay, das verlangt! Einen weiteren Versuch! Einen weiteren Versuch! Okay. Okay. Treffer 1. Treffer 2. O und B. Gut. Treffer 3. Das ist 6 Mal. Muss man ihn treffen. Noch 2 Mal. Noch 1 Mal. Er muss mich noch 2 Mal treffen. Okay. Restar. Oh. Das wird wieder knapp. Das wird so knapp. Au. Ja. 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 Und die Rüstung fällt zusammen. Du. Boom. Du. 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 Okay. Auf dieser Planet wäre vollständig. Deine. Ja. 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 Oh, die Musik ist einfach nur herrlich. Ich kenne es immer jedes Mal dran. Planet Sonata. Okay, an dieser Stelle sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also bis dann und ciao.